Eine Zeitenwende hatte Kanzler Scholz vor gut einem Jahr angekündigt, als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch davon und vom 100 Milliarden Euro Sondervermögen ist bei der Bundeswehr noch nichts angekommen. Die Wehrbeauftragte des Bundestages Högl kritisierte heute bei der Vorlage ihres Jahresberichts 2022 eklatante Mängel bei Material, Beschaffung und Instandsetzung. Die Truppe sei verteidigungsfähig, aber nicht voll einsatzbereit. Ein Bericht, mehr als 150 Seiten dick, der ein desolates Bild der Bundeswehr zeichnet. Die Wehrbeauftragte Eva Högl blickt zurück auf ein Jahr, das geprägt war vom Krieg in der Ukraine. Die militärische Unterstützung für das Land fehle der eigenen Truppe. Die Bundeswehr hat von allem zu wenig und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger. Das betrifft die Ausbildung, das betrifft die Übungen und das betrifft auch die Ausstattung im Einsatz. Von dem längst beschlossenen 100 Milliarden Euro Sondervermögen sei bisher nichts angekommen. Dabei brauche die Bundeswehr dieses Geld dringend, auch um als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Högl beklagt, dass die Zahl der Bewerbungen um 11 Prozent zurückgegangen sei. Sie versteht das mangelnde Interesse. Wenn man weiß, dass man keinen WLAN in der Stube hat oder dass die Duschen verschimmelt sind, dann ist es natürlich auch nur eingeschränkt attraktiv, sich für die Bundeswehr zu entscheiden. Die Opposition fühlt sich von der Wehrbeauftragten in ihrer Kritik am Zustand der Bundeswehr bestätigt. Denn der Bericht zeige, dass tatsächlich wir ein verlorenes Jahr haben, dass die Zeitenwende noch nicht angekommen ist und dass es jetzt höchste Zeit wird, nachzulegen beim Thema Ausrüstung für unsere Soldatinnen und Soldaten und für das Thema Verteidigungs- und Landesverteidigungsfähigkeit. Högl hofft nun, dass der Verteidigungsminister sich durchsetzt mit seiner Forderung nach mehr Geld. Denn mit dem bisherigen Etat seien die benötigten Investitionen nicht zu leisten. Eine bedingt abwehrbereite Bundeswehr also. Über die Hintergründe dazu spreche ich jetzt mit dem Verteidigungs- und Sicherheitspolitischen Experten Thomas Wiegold. Ich habe soeben die Nachricht erhalten, dass Sie auch den Preis der Bundespressekonferenz auf Ihrem Fachgebiet gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Dann können wir direkt tiefer eintauchen. Es fehlt an allem, sagte die Wehrbeauftragte Eva Högl. Wenn man bedenkt, dass seit Jahren über den schlechten Zustand der Truppe berichtet wird, dann kann es doch kaum überraschen, oder? Nein, in der Tat. Der Mängelbericht der Wehrbeauftragten ist nicht überraschend. Das deckt sich mit den Mängelberichten der Vorjahre. Und da liegt jetzt auch genau der Knackpunkt. Man hätte eigentlich erwartet, dass nach diesem einen Jahr Zeitenwende dann an manchen Stellen doch vielleicht etwas positivere Meldungen gekommen wären. Aber, so sagt Eva Högl, ja, die Zeitenwende ist ausgerufen worden, aber sie ist eben noch nicht bei der Truppe angekommen. Wieso ist das denn so? Wieso hat sich kaum etwas verändert in den letzten Monaten und Jahren? Das hängt mit dem ganzen Verfahren, Prozessen, Vorschriften und so weiter zusammen. Das Geld alleine ist ja nur ein Teil. Die Regeln dafür, wie es ausgegeben wird, die müssen eigentlich auch angepasst werden. Und das ist im vergangenen Jahr kaum oder gar nicht passiert. Das Geld wurde zur Verfügung gestellt. Es wurde bewilligt vom Parlament. Es wird jetzt nach den Regeln, die sich über die vergangenen zwei, drei Jahrzehnte etabliert haben, eben verwaltet und ausgegeben. Und da, auch das sagt die Wehrbeauftragte, muss man sich einfach bewusst sein, es ist ein Krieg in Europa. Und dieser doch etwas behäbige Friedensbetrieb der vergangenen Jahre, der funktioniert eben nicht mehr. Und auch Verteidigungsminister Pistorius hat ja eigentlich Klartext gesprochen. Er sagte auch kürzlich, dass die Truppe im Ernstfall nicht abwehrbereit sei. Jetzt wurde ja auch zusätzlich noch Material an die Ukraine abgegeben. Wie schnell kann man denn da Abhilfe beschaffen und wie stünden wir gerade da? Stünden wir nackt da im hypothetischen Ernstfall? Also die Bundeswehr alleine stünde nackt da. Aber, das muss man dabei auch sehen, die Bundeswehr steht eben nicht alleine da, sondern sie ist ja eingebettet in dieses Konstrukt NATO, auch EU, also immer in Bündnisse. Sie hat Alliierte. Das heißt aber auch andersrum, diese Alliierten, vor allem die Kleineren, erwarten von Deutschland als größter und wirtschaftlich potentester Nation in Europa da mehr Anstrengungen. Da hat der neue Verteidigungsminister, er ist ja nun immer noch sehr kurze Zeit im Amt, weiterhin die Aufgabe, das auf den Weg zu bringen. Und er hat zwar auch gesagt, er will im laufenden Haushalt mehr Geld, darüber laufen ja die Verhandlungen. Aber das ist, wie gesagt, nur die eine Seite der Medaille. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist jetzt, die ganze Organisation von Beschaffung von Strukturen in diesem Apparat, Bundeswehrapparat, Streitkräfte zu verschlanken und effektiver zu machen. Dieser Jahresbericht zeichnet ja ein ungeschöntes Bild der Lage der Bundeswehr. Und diesmal gab es ja auch direkte Eingaben aus der Truppe. Sie sind ja sehr oft mit denen im Gespräch, mit den Soldatinnen und Soldaten und kriegen da viel mit. Wie sehen es denn die Soldatinnen und Soldaten selbst? Fühlen die sich in ihrer Arbeit stark behindert oder sogar in Lebensgefahr im Ernstfall? Naja, die sagen schon, wenn es an Gerät fehlt, jetzt noch nicht einmal direkt im Einsatz. Also wenn man dahin geht, wo die Truppe unterwegs ist, sei es irgendwo in den klassischen Auslandseinsätzen oder im Baltikum für die NATO an der Nordostflanke, da ist eigentlich das Gerät vorhanden. Aber wo es fehlt, ist im Heimatbetrieb und da geht es ja vor allem um die Ausbildung. Also die Soldaten, die in einen Einsatz gehen sollen, die müssen die Möglichkeit haben, mit Gerät zu üben. Die müssen lernen, ihr Gerät zu beherrschen. Und das ist, glaube ich, eines der ganz großen Probleme. Jetzt gibt es ein Panzerbataillon, das hat einen Großteil seiner Panzer an die Ukraine abgegeben. Da findet erstmal keine Ausbildung statt oder nur sehr eingeschränkt. Und das sind die Punkte, die geregelt werden müssen. Es gibt also noch viel zu tun bei der Bundeswehr. Das waren Einschätzungen vom Verteidigungs- und Sicherheitsexperten Thomas Wiegold. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.